Und dann ist irgendwann mal Servet gekommen und ich habe mich eigentlich gerade verliebt. Also ich komme vielmals fragen, wieso Servet-Fan? Ich kenne viele, die Luzern, GZ, Zürich-Fan sind, aber das kann man nicht beschreiben. Für mich ist einfach die Magie. Wir erleben zusammen einen Match und wir sind dann der Klub Fan und das wird nie mehr verschwinden. Und manchmal fragen sie sich schon, wieso man so viel Zeit auf sich nimmt, an Fussballmatches zu gehen, gerade auf Genf zu fahren oder wieder Retour zu fahren. Und ja, manchmal denken sie schon, was ist das für einen? Ist das noch ganz normal? Wieso so viel Zeit? Aber es ist eine Entspannung und ich freue mich, oder wir freuen uns auch auf die Gastfreundschaft in Genf. Mit Sexio Grena haben wir auch viele gute Leute kennengelernt. Und man lernt immer wieder in Genf Leute kennen. Und ja, es passt einfach alles. Es ist niemals zu lange, damit unsere Geschichte beginnen. Im ersten Mal bekannte Musik Im ersten Mal bekannte Musik Untertitelung des ZDF, 2020